Also Leute, ich hab heute bei Hong Kong morgen ein Fotoschulding, ne? Äh, ein Videofschulding, das kommt ja in den Fernsehen, ne? Und da muss ich einen Boxershot tragen und eine Stange tanzen. Aber obwohl ich keine Boxershots trage, ne? Ist ja egal, muss ja keiner wissen, ne? Nur Schleppis! Und dann werde ich eine Stange tanzen, soll ich mir schon was zeigen, dann werde ich es so machen, die Stange halten, dann werde ich machen... Dann mach ich so... Dann werde ich... Aber die können sie kaufen. Aber denkt dran, immer unten lecken, ne? Denk immer ganz. Muss ich mir jetzt noch was überlegen. Ich meine, ich bin mir jetzt so von so einem Deppen, ich weiß das jetzt schon. Aber gerade weißt du...